Oh, du hast eine Brille! Und wisst ihr was? Ihr bekommt auch eine Brille. So, für Elias auch Handschuhe. Bitte schön. Danke schön. Ich hab's gesehen. Ich hab's auch gesehen. So, du kriegst einmal das hier. Noch nichts damit machen. Ich sag euch gleich, wie es weitergeht. Wir haben das? Ja. Oh, du hast das so schnell. Aber ich besser nicht. Ja, die Flüster. Das wird immer dicker. Das heißt, die Auflage hat die ganze Flüssigkeit aufgesaugt? Ja. Ja. Mann, passiert hier nix. Passiert gar nix. Ja, doch. Das ist Eis. Das ist cool. Das ist durch Eis geworden. Wie kann das gehen? Nimm das mal in die Hand. Wenn zum Beispiel ein Patient eine ganz, ganz dolle Wunde hat, dann kann es passieren, dass da Wundflüssigkeit rauskommt. Und um diese Wundflüssigkeit aufzufangen, benutzen wir diese Auflagen, damit diese Wundflüssigkeit aufgesaugt wird. Das sind die Patienten, ne? Wir sind die, die die Patienten wieder gesund machen. Das funktioniert nicht? Das ist... Ja. Der der mettre rebemen Immer mit dem Zug rein. Bye! mututerann Untertitelung des ZDF, 2020